Sie spielen im Moment definitiv nicht auf Abseits. Naja, wenn du Angst hast, mit einem Pass in die Schnittstelle irgendwie überrascht zu werden, wäre doch das... Herrliches Ding! Ein absoluter Geniestreich! Heute sind sie bösartig. Sie lassen nicht ab von ihrer Beute. Das ist die hohe Fußballkunst. Ein schöner Heber über den Keeper. Das ist die hohe Fußballkunst.